Hallo, mein Name ist Hans-Christian Jurzeker und ich bin bei McDonald's Österreich im Marketing für die Produktentwicklung zuständig. Wir haben folgende Frage von Karin L. aus Innsbruck bekommen. Wie kommt man auf die ganzen Burger-Ideen? Grundsätzlich gibt es bei McDonald's zwei Arten von Produkten. Das eine sind die internationalen Klassiker, so wie Hamburger, Cheeseburger, Big Mac, die in jedem Land immer gleich angeboten werden. Und dann gibt es zum Beispiel bei uns in Österreich so wechselnde Themenwochen. Die Hüttengaudi beispielsweise oder die Amerika-Wochen. Und für diese Themenwochen entwickeln wir hier ganz eigenständig als McDonald's Österreich unsere eigenen Produkte. Ich möchte euch jetzt den Gerhard Fuchs vorstellen. Gerhard ist ehemaliger Haubenkoch und betreibt heute vier McDonald's-Restaurants in Oberösterreich. Daneben unterstützt er uns als kreativer Kopf in der Produktentwicklung. Spannende Frage, wie kommt man eigentlich als Haubengastronom zu McDonald's? Durch Zufall, ja. Ich bin einmal in einem Flieger gesessen, bin dann in Berührung gekommen mit dem System McDonald's, habe mich dann beworben und es macht mir einen riesigen Spaß, das Ganze zu machen, weil meine Kreativität kann ich heute in der Produktentwicklung ausleben. Früher waren es halt 20 Gäste am Abend und jetzt sind es halt etwas mehr und ja, ist eine ganz tolle Sache. Stichwort Produktentwicklung. Wie können wir uns die Entwicklung jetzt genau vorstellen? Wir arbeiten heute am Thema Amerika. Wo beginnt man da? Wo kommt die Idee her? Naja, das erste ist einmal, man versucht einmal Amerika zu greifen. Versuchen. Was wir drüben gern gegessen haben, also wie zum Beispiel der rauchige Geschmack drüben oder der Coleslaw, der dort drüben verwendet wird. Das versuchen wir dann zu nehmen, unsere Inspiration daraus zu holen. Fein, dann starten wir los. Ich habe da jetzt das Brot schon getoastet. Und da fangen wir jetzt an mit unserer Tomaten-Kakrell-Sauce. Da werden wir gleich einmal etwas hinaufkozenieren. Da werden wir das Ganze unterstützen mit ein bisschen roten Zwiebeln. So in etwa diese Menge. Den roten Zwiebeln nehmen wir her, der ist ein bisschen milder, der ist nicht so scharf als der andere. Das Ganze zum Unterstützen nehmen wir noch ein bisschen Röstzwiebeln dazu. Dann nehmen wir den berühmten Coleslaw, den amerikanischen Grautsalat. Und diese berühmte Salzgürke von McDonald's. Dann haben wir einen Salat und zwei Tomaten. Und was natürlich auch nicht fehlen darf. Das ist der normale Cheddar-Käse. Das ist der Cheddar-Käse, ja. Und da werden wir noch eine Scheibe Cheddar-Käse hinlegen. Und dann, wenn wir das Fleisch gebraten haben, werden wir in der Mitte noch ein Cheddar-Käse hinlegen. Das heißt, zwei Fleisch, zwei Käse. Zwei Fleisch und zwei Käse, ja, genau. Und dann gehen wir es zum Griller rüber und dann werden wir das fertig machen. So, da haben wir unsere ersten zwei Burger zum Ausprobieren. Und beißen wir mal rein, damit wir dann nochmal sehen, woran müssen wir, an welchen Schrauben müssen wir noch drehen. Sehr gut. Was mir ein bisschen abgeht, das ist so der Speck. Der Speck mit Bohnen, so ein bisschen Lagerfeuer. Das Rauchige von der Sauce kommt noch nicht richtig durch. Dass wir das noch ein bisschen mehr unterstützen und ich würde sagen, aber trotzdem den Kolzlo ein bisschen reduzieren. Weniger Kolzlo, dafür einen Speck hinein. Dass mehr die Würze durchkommen. Und dann kann man mit der Würze mehr arbeiten, ja. Ja, wichtig ist, dass man, wenn man reinbeißt, so einen richtigen Mouse-Feeling hat. Also sprich, dass es so richtig, wenn ich reinbeiße, eine Explosion habe im Mund. Man spürt die Würze. Der Speck war eine gute Idee. Das war gut, gell? Jetzt kommt auch die Chakolsoße besser durch. Genau. Der ist richtig am Punkt, der Burger. Jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig, ja. Wunderbar. Karin, wir hoffen, dir hat der Blick hinter die Kulissen Spaß gemacht. Wir sagen, danke fürs Zuschauen und guten Appetit. Allzeit.